Star Wars Battlefront Und dort seht ihr es. Ich versuche jetzt einfach mal ganz optimistisch da durch zu rennen. Ja. Ganz optimistisch. Einfach mal zu gucken. Ja. Damit hätte man rechnen können. Wir brauchen mal wieder unseren Lieblingsblaster hier. Ich hänge fest. Hallo. Darf ich? Danke. So. Boah. Sieht auf jeden Fall aus. Sehr, sehr schön aus dem Map. Also ich glaube vier Maps gibt es insgesamt. Ich hatte glaube zwei gesagt. Wobei es sind eigentlich zwei Maps, die dann nochmal aufgeteilt wurden. Wir leben noch. Wir leben noch. Das ist die Hauptsache. Ach Gottchen. Da hat er mitgerechnet. Ja der ist gut ey. So weiter geht's. Müssen wir jetzt erstmal hier reinkommen. Aber wir gucken uns das Ganze mal hier an. Ist auf Tatooine das Ganze hier draus. Kann man auch ein bisschen rumrennen. Alles klar. Dann haben die gut abgefangen die Herren. So. Jetzt läuft er natürlich mit unserer Fracht weg. Das ist suboptimal. Ich versuche jetzt aber trotzdem nochmal zu denen zu laufen. Wobei der müsste mir eigentlich hier. Könnte vielleicht versuchen den Weg abzuschneiden. Ah ok. Nice. Geil ey. Wir stehen hier auf Jabba's. Wo die. Ne hier ist das nicht. Ne. Wo ist. Gibt es hier dieses. Dieses Schiff wo Jabba seine Party feiert. Wisst ihr was ich meine? Mann ey. Ich gucke mir die ganze Zeit die Map an. Und die ballern mich alle um. Mach keine Ahnung. Bis sie ein bisschen was angucken. So. Jetzt ist Konzentration. Boah. Alter. Okay. Hä. War das eine neue Granate? Naja. Bartz. Mein erster Kill in der Runde. Das ist schon mal ein guter Start jetzt hier. Boah. Das sieht richtig gut aus. Ja. Gute Nacht. Nein. Du kriegst mich nicht. Ich überlebe das. Nein. 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 Egal. Wer war einer mit in den Tod gerissen. So. Ich gebe ihn hier auf. So. Mal her. Von den Rotzlöffeln da ausgeschaltet. Ah Mann. Da kommt man nicht hin. Kommt auf. Ja. Ja. Das ist schon mal gut. Ach guck mal hier wackelt sogar um. Physik liebe Freunde. Da kommen wir nicht hin. Ja. Ja. Das ist auch gemein gewesen. Das war richtig gemein. Darf Timber. Oh Mann. Dramatische Musik getönt. Oh. Ja. Was? Der das überlebt? Okay. Halb so wild. Ja. Aber die haben einen Punkt mehr als wir. Das ist nicht gut Freunde der Nacht. Ich bin getroffen. Wir haben das Geschütz. Aua. Kommst du nicht hin ne? Was Mann. Oh. Alla. Das gibt es doch gar nicht. Der Zeug ist ja das Streugeschütz. Das ist ja schon was Neues. Ach Gottchen. Ich glaube wir haben noch zu wenig Crickets hier selber ne? um uns solche Sachen zu holen. Beziehungsweise müssen das ja suchen. So beim Jabber erstmal genehmigen lassen. Hm. Ja. Bestimmt ja über alles. Komm go. Holt euch. Nice. Alter. Das fehlt mir doch nix. Wat? Es ist nicht machbar. Es ist nicht machbar. Ist unfassbar. Oh. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Wo ist der? Okay der ist tot. Komm her. Ach das gibt es doch gar nicht. Da kommt wieder ein Lucky Abstauber von der Seite. Man muss sich einen guten Weg da rein finden. Aber wir gehen mal ein bisschen außen rum. Wir kümmern uns darum liebe Freunde. Seid euch mal da sicher. Oh man. Oh 5,5 okay. Ja. Wo ist der? Oh oh oh. Der muss gleichzeitig umgebracht. Krass. Okay. Bin ich mit mir freund. Yeah. Annäherungsmine. Nein. Ach. Mist. 9,13 ey. Komm wir machen das hier noch positiv. Ich wehe es dann. 3-3. Ich versuche nochmal darüber zu marschieren, ey. Hier in dem Palast. Der alten Schildbrüttel. Guten Tag. Komm, naja. Ey, gibt's doch nicht. Alter. Was? Oh mein Gott. Wie peinlich. Es hat niemand was gesehen. Lalalalala. Peinlichster Kill ever. Ohne Witz. Das war nix. Gott, Dennis. Kannst du doch besser. Was machst du denn da? So, es steht weiter in 5-5. Ja. Ei. Zum Flug. Ei. Ei. Oh Mann, da waren es einer zu viel. 13-15. Yeah Mann, wir sind der Erste. Aber wir müssen trotzdem die scheiß Fracht holen. Wir kommen da einfach nicht ran. Unentschieden ist er ein bisschen low. Oh. Versuchen wir es einfach nochmal. Ei. Das war ganz knapp. Das war 50-50 immer. So. Here we go again. Warte mal. Hier ist doch irgendwo. Traumlich. Die fliegen über unseren Köpfen hinweg. Ei, ei, ei. Jetzt hat das Imperium die Fracht. What? Nein. Okay, wir müssen sie holen. Go, go, go. Ja, keine Chance. Der hat natürlich den Vorteil, dass der auf Distanz schießen kann. Aber lasst ihr ihn mal in den Nahkampf kommen. Ja. Maste. So, die können sich jetzt zurücklehnen. Mann. Alter. Boah. Ach, das war der gleiche. Ja, aufladen, aufladen. Komm, komm, komm. Komm, wir sollen mal schon mal für... Ja, gut. Go, go. Alter. Ich konnte nicht schießen. Was war das denn? Ich hatte irgendwas im... im Gesicht. Ah, die haben die Fracht schon wieder zurückgehöst, Herr Eft, Alter. Das ist ja... Komm her. Alter. Den hab ich gar nicht gesehen. Boah, krass. Aber wir haben... Ich hab da eine Methode, Leute. Alter. Was macht der denn für Geräusche? Komm her. Ja. Ich hätte nachladen können, ich weiß. Aber egal. Was geht ab hier? Komm her. Watz. Reiz. Lauf, lauf. Lauf. Oh, Mann. Ich wollte gerade das Geschütz ausstellen. Hätte man die alle weghalten können. Aber die hat's noch. Ja, hat's noch. Sie hat's noch. Halt durch. Komm, 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 komm. Der Meint hat die Kraft geborgen. Lauf. Lauf. Bisschen als der Hoffnung. Ach so, es steht schon... Ach, die haben schon sieben. Egal. Einen Punkt wieder zurückgeholt. Was macht ihr denn hier, hä? Was macht ihr hier? So lange wartet denn jetzt? Ja, das war... Da war dein Tod völlig gerechtfertigt. Ja. Ich denke so, okay, warte es auf den richtigen Moment. Und dann war es das auch. Hä? Alter, ich check nix mehr. Wo bin ich? Die imperialen Truppen haben ihre Pracht zurück in ihre Basis gebracht. Wir müssen sie stehen. Was ist der denn hier? Da. Die Sturmtruppen haben eine Frachtkiste. Ja. Wir müssen die gerade ein bisschen verteidigen, weil... Alter. Teilweise echt so stark. Hä? Die Sturmtruppen haben eine Frachtkiste. Wir haben noch vier Minuten. Wir brauchen eigentlich nur eine scheiß Kiste. Aua. Sehr gut. Okay, wir müssen da jetzt... Voran Gas geben. Dreieinhalb Minuten noch. Boah. Sehr gut. Aber das merkt er sich natürlich. Hahaha. Komm, komm. Wir machen einfach weiter. Ich hätte jetzt 100 Pro draufgehen im Moment. Aber egal. Hey, da kommt einer von der Seite. Irgendwo. Nice. Hat er gut gemacht. Aber wir haben es positiv wieder. 24, 23, ladies and gentlemen. So. Weiter geht's. Warte mal. Na ja. Gänzt du dann? Na. Na, komm. Kommt, Stubis. Wir haben die Frachtkiste. Alter. Nein, nein, nein. Er darf nicht zum Geschütz kommen. Oh. Schafft er. Ja. Nehme mir, du Wicht. Komm, Leute. Go, go. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Versuch es einfach mal durchzupreschen. Komm. Wir müssen einen mindestens unentschieden rausholen. Ja, gut. Nein. Geht zurück. Ja, komm. Wir haben die Fracht zurückgebracht. Ich sag euch, ihr geht drauf. Na, wenn ihr es in einem mitgenommen? Ja, er fliegt erstmal dagegen. 55, ey, Leute. Krass. Krass, 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 krass. Wir haben es noch geschafft. Knapp eine Minute. Oh, wie kann man das drehen hier? Ach, Mist. Hier, das hier brauche ich. Komm. Einfach nur halten. Na, komm. Yeah. Komm, der Sack ist gleich zu. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Ja, komm. Yeah. Wir haben es noch auf unentschieden geschafft. 32, 25. Yeah, ladies and gentlemen. Wir sind leider nicht da unter den Top-Dings dabei. Egal. So, jetzt kriegen wir erstmal wieder Punkte. Ja, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen, ja. Denn es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, Battlefront zu spielen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder in der nächsten Episode. Und macht auch ein Däumchen hoch, wenn euch diese Folge gefallen hat. Nicht vergessen, jeden Mittwoch gibt es übrigens um 19 Uhr noch einen Livestream. Ja, da könnt ihr auch eins schalten. Da spielen wir immer verschiedene Games. Und die nächste Map steht schon an, Freunde Transport. Bis dahin, tschüss.